Auf Island ist der Vulkan in der Nähe von Grindavik erneut ausgebrochen. Es ist der fünfte spektakuläre Vulkanausbruch auf der Halbinsel Reykjanes, unweit der Hauptstadt seit dem vergangenen Dezember. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Behörden hatten vor den Eruptionen gewarnt. Auch die Thermalquellen der Touristenattraktion Blaue Lagune mussten komplett geräumt werden. Der jüngste Ausbruch hatte sich durch vermehrte seismische Aktivität angekündigt. Wann diese endet, wissen die Experten-Teams derzeit nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017